Willkommen zu einer neuen Folge, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Ihr wisst doch, das letzte Mal gab es einen Internetzusammenbruch. Ich hasse mal den, ja? Wir haben das letzte Mal zum Auto auffüllt, wenn nicht. Machen wir jetzt wieder neu. Dann warte ich, bis es... Ich habe mich das wieder eingezogen und dann warte ich, bis es grün ist. Ich habe mich das wieder eingezogen. Ich habe mich das wieder eingezogen. Also, wir haben das aber so called. Nimm uns eine neue Schuhe zu schieben. Ich will das auch noch mal wieder neu eingehalten. Das was wir jetzt zeigen, wie vor dem Schuhe zängt. Und falls sie fragen, woher das ist, denn ich gucke gerade erst zu streamen. Ich will mich wieder setzen, hallo, ich habe Angst, Mama. Hey! Natürlich, guck mal was ich hinten auf meinem Rücken habe. Natürlich habe ich meinen scheiß Jackpack. Die hassen mich doch alle. Aber dafür besser, oder? Jetzt kann ich kein Video oder kein Stream oder so. Gestern war ich einfach so vor. irgendwas hochzuladen. Ich sag euch ehrlich, ich bin wie Asti TV und bin einfach so zu faul, irgendwas zu machen. Ich sag einfach nur die Wahrheit, ich bin wirklich so faul. Ihr kennt mich. Oha, Blitz vor meinem Gesicht. Ich hab das Gefühl, irgendwie bin ich beobachtet. Keine Ahnung warum. Ich mein nur ein wochenliches Live-Spiel. Vielleicht ein neues Update, irgendwann ich reine beobachte. Nee, nee, das Spiel. Ich kann nicht. Digga, den kann ich nicht mehr. Den bin ich wirklich gebrochen. Hab ich das Tornado aufhört? ... ... ... ... Wurde ich ja... Ihr nehmt mein ganzes Geld mit! Nimm! Nimm und friss! Ich hab gefühlt da 300 Euro ausgegeben. Ne, sogar 1.400 Euro. Ich hab das Gefühl, ich hab die Hälfte für mein ganzes Geld. So... Ich warte, bis es dieses Whoopings-Session da über den Kuhn bleibt. Da oben, warte. Ich drehe ein Großkurs. Ich drehe ein Großkurs. Ich drehe ein Großkurs. Oh, das ist das. Die Kuhn... Sei für den Einverklang oder gegen den Einverklang? Die Einverklang oder gegen den Einverklang oder gegen den Einverklang. Die Einverklung. Vielen Dank. Was mache ich jetzt? Ah, da ist die Fliege! Oh, ich kann dir erklären, warum die fliegende Kuh da ist. Ich habe mal damals, wo ich das anders mit gespielt habe... Jetzt scham, 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 scham! Rein, 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 rein! Keine Gnade lassen! Nein, scheiße! Wort gefückt von Tornado, nein! GG! Ich habe damals, ich habe damals die Kuh gesch... Ja... Einfach weg... Äh, ich habe verzeiht... 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 So, nimm mal ein ganzes Geld, Alter! Ja, guck mal... Ich hatte, glaube ich, 14.000... Oder 15... Ich habe gemensche... Oh, wir sind... Ja, ich habe gemensche... Ja, ich habe gemensche... Ja... 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Es lief die 3000 anscheinend und dann bin ich hier hingegangen. Ich bin auch aus dem Stream reingegangen. Ihr seht hier alles, ich glaube das letzte von das letzte Update. Seit wann zwingen das die? Ich meine seit wann filmstet die. Neu, das ist neu für mich, alles Updates. Nur einen Monat werde ich immer in Season 1 Map kommen wieder, Chapter 1. Und ich hoffe, das alte Battle Pass bekommen wir wieder. Und dann können wir die nochmal freischeißen. Und dann... Können wir das wieder... Das ist langsam auf nur der Weg, bis er beschrieben ist. Und jetzt ist er schon unter. Und das jetzt geht, da unten dann auch wirklich schon unter. Und dann kommt es jetzt noch mal. Ah! Hä? Ihr Schweine! Ihr Hunde habt nicht umgebracht! Mann, Alter, so scheiße. Ich habe jetzt schon keinen Bock mehr in der Folge. Weißt du was? Ich mache das einfach in den Stream. Was ist mir scheiße denn jetzt? Schweinerei, ey. Du schlieb einfach nicht jetzt. Warte mal nicht, Alter. Aber da bin ich schon mal richtig, Digga. Ich bin, äh, es fack mir gehabt, dass ich, äh, in dem Eckling gestorben bin. So. So. Ich nicht zu reden, die, weil... ...reden die, äh, zu, zu. Das ist neu. Halloween-Update. Wenn Halloween kommt, glaube ich, sehe ich den Frank. Ich hoffe, ich kaufe mir den Frank. In der Burschau? Ich muss mal ganz kurz was, was du schon erinnerst, ja? Ja. 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 So, Schweinerei hier. Nein! Woanders, ich habe ja jetzt alles... Schweine. Schweinefleisch EXPECTOR Sonne, Regen, Blitzfolge Ok, weiter geht's jetzt mal ein bisschen schneller und ich weiß nicht mal ein bisschen schneller 3 Der Test und zwar Das läuft über mir Oh, ich bin so ein Zeit-Track Alles wegen dir Ich guck so grad ein neuer YouTuber mit Haken ist drin im Chat Ich guck in den Chat rein In den Chat rein und fass mich dabei Daumen ab Ey Oh je Na los Seine andere Haare Als der Bruder geschockt wurde Also die Haare Oha Oh What's going on? Yes, yes Oh Yeah, yeah Oh 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 Ich finde keine Ebene, ich finde keine Ebene gerade. Oh, jetzt ist es so blau und es gibt doch Ebenen irgendwo. Okay, jetzt ist es richtig schön auf der Ebene hier sein. Du musst doch eben noch mal sehen, weil es dann gut scheiß oder nicht. Stimmt. Zehn und tief. Stimmt. Das ist so. Das ist der Sinn. Aber das ist auch richtig schön. Ich habe eben jetzt gesagt, wir haben ja auch alles, dass ich es schon wieder bei mir ge âmtert bin. Das kann ich auch jetzt wieder sein, ich habe ja auch schon mal gesagt, Ich bin einfach wie in der Gäste angekommen, wo er vor 5 Minuten war. Oh mein Gott, die folgen sind schon 20 Minuten. Egal. Nein! Du Hund, bleib stehen! Oh, das war so ein eklischer. Noch eins, dann bin ich durch und dann wisst ihr was das bedeutet. Denn nur, was fehlt noch? Ja, die Traumwelt. Sonst hab ich auch ja alles hochgeladen. Spieß legit selber. Guck, das würde kein YouTuber machen. Hier das, hier rauf, runter, rauf, runter, hier das zu machen. Hauzer ein war ein Ziniger, weil die Buddha, ja euer. Ich habe nichts Tolles gefunden. Ich habe nichts Tolles gefunden.